Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe berichten wir über die nationale Studie bei Jugendlichen und ihr Wohlbefinden. Außerdem tauchen wir in das Oktoberfest Adorf 2023 ein, wo die bayerische Tradition gebührend gefeiert wird. Nicht zuletzt werfen wir einen Blick auf die Neugründungen vom 11.10.2023. 11.10.2023 Nationale Studie bei Jugendlichen, das Wohlbefinden nimmt ab, bei den Mädchen mehr als bei den Jungen. Den meisten Jugendlichen in der Schweiz geht es gut. Gesundheit und Wohlbefinden der Mädchen und Buben haben sich aber verschlechtert dies bereits vor der Pandemie. Besonders betroffen sind Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Dies ist eines der Resultate der nationalen Studie Health Behavior in School-Aged Children von 2022 bei 11- bis 15-Jährigen. Die Studie von Sucht Schweiz im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit bestätigt bisherige Erkenntnisse, wonach es mehr Anstrengungen braucht, um betroffene Jugendliche zu unterstützen und der Prävention im Bereich der psychischen Gesundheit ein höheres Gewicht beizumessen. Auch die am heutigen Welttag der psychischen Gesundheit publizierten internationalen HBSC-Ergebnisse zeigen ähnliche Befunde. Den ganzen Bericht von E-Pi-Kaffee in der Schweiz finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Oktoberfest Adorf 2023 Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres haben wir uns entschieden, das Fest erneut zu veranstalten und dieses Mal noch größer und spektakulärer zu gestalten. Gemeinsam wollen wir wieder eine unvergessliche Zeit voller bayerischer Tradition, guter Laune und mit Reissender Musik erleben. Den ganzen Bericht von E-Pi-Kaffee finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch. Am 11.10.2023 wurden 202 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 30 Firmen in der Region Genf, 23 Firmen in der Region Zürich und 18 Firmen in der Region Watt. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800-Search. Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020